So, wir machen heute unsere erste Art Videoblog und gucken mal, wie das ganz sicher funktioniert. Hier ist die Bühne und da ist es um was sonst noch so geht. Was geht? Mario, weißt du wo der Backstage ist? Hier ist die Bühne rechts. Schaut da ein Bild von uns. Das ist der neue. Der wird jetzt immer größer. Das ist zu groß. Das ist zu groß. Guten Tag, der Herr. Guckt euch mal bitte dieses unglaubliche T-Shirt an. Ist das nicht genial? Also das ist heute unser Backstagebereich. Ich glaube, wir waren noch nie irgendwo, wo es so eine Backstagebereich hatte. Hier geht es lang. Hier können wir sitzen. Hast du noch einen Raum? Wir haben zwei Duschen. Das ist unglaublich. Ich glaube, wir hatten noch nie zwei. Wir hatten noch nie überhaupt eine Dusche. Eine Dusche. Noch eine Dusche. Ist hier noch ein Klo? Das ist unglaublich. Ich habe das Gefühl, wir spielen weiß Gott wo. Haben wir schon mal irgendwo so ein Backstagebereich? Ich habe das gespült. Ich habe das gespült. Genau. Hast du das gespült? Das muss ich mir gleich mal Spongebobben lassen. Das klaust du mir meine Vorlage. Das glaube ich noch nicht. Das habe ich zum dritten Mal gesagt. Ja, ohne Scheiß. Es ist sehr geil. Kann man sich echt nicht beschweren. Internet. Wir haben was zu essen. Wir haben das hier. Ich muss nachher Vocal Soundcheck machen. Ja, was auch immer das ist. Ich habe voll Schiss davor. Ich singe mich alleine. Du wirst singen. Wir können auch irgendeinen Chorus-Part machen. Du bist ja quasi in und echt im Vocal. Du bist ja einfach frei. Ich habe noch mal ein Klo. Ist das genial heute hier. Hier geht es raus. Was machst du hier? Ja, ich boll jetzt meine Notestände auf. Spielst du nach Noten? Ja, ich spiele nach Noten immer. In einer Punk-Oven-Band. Das Witzige ist, heute hat sich das hier verheddert. So eine Scheiße. Ich spiele nach Noten. Die Leute sitzen auf der Bühne. Wer sitzt auf der Bühne? Du gleich. Ey, wer sitzt du auf der Bühne? Genau, um da hier meinen Klick drauf zu machen. Ich glaube, der ist am Arsch. Doch, genau so. Du musst einen Aufständer aufsetzen. Guck mal, das sieht auch geil aus. Du kannst auch einen Aufgeben. Perfekt. Ja, der kommt gleich dazu. Mario ist unwichtig. Ja, ja. Sehr geil. Wir haben unseren ersten Aufstieg gespielt. Und es war geil. Nach fünf Monaten. Endlich. Mit den beiden. Wir haben euch gar nicht vorgestellt. Wir haben zwei neue. Die haben noch eine Lizenz, Fehler zu machen. Drei Gigs. Aber danach nicht mehr. Dann werden sie sofort die Gigs. Lauf ruhig durch. Ja. 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 Danke. Danke mal. Ja. Wollte ich ehrlich sagen? Das ist der Sänger von Bananachicks. Ja. 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 Ich war richtig geil. Ja. Geschmack. Und guckt es euch an. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020